müssen wir doch das wohl zuerst machen die müssen ja noch hoch und hier auch noch ohne da nicht wir machen das jetzt erstmal so die kohle uns natürlich raus ganz klar jetzt habe ich natürlich doch hier ist glück nehmen wir die doch natürlich wenn wir sie haben nehmen wir die doch ach da sind wir doch gleich auf und so 30 so wieder zu machen schön hier auch alles weg die sollten wir immer dabei haben weil dann können wir vielleicht doch irgendwann auf bambus verzichten es ist schon doch echt sehr kostenspielig man braucht echt viel bambus welche hat man jetzt gemacht die die hier also die da lang okay dann gehen wir erstmal bis bis dorthin dass wir das erstmal fertig machen und dann ziehen wir noch links und rechts da die beiden seiten hoch auf jeden fall und hier lang so und da lang das passt nicht mein freund ein weiter drunter jahr lang ich muss unbedingt dieses blöde kuh umsetzen moment steuerung kuku 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 gegenstein fallen lassen ähm äh b 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 hier so so ist hier der gerissene so sehen wir alles auf jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander moment das haben wir die wand ist also muss die jetzt hier als erstes raus die kommt als erstes raus das machen wir nicht in die jetzt so erstmal raus und dann gestellt man die aber von vorne manchmal wird hier der ein oder andere stein sein der gar nicht sein müssen weil man eh nicht sieht so reicht das schon so also zwei gerissene rein liegt erst mal wieder ganz normal rudimentär dran ist hier mit der mucke aha so und runterfallen ja das wird oben natürlich auch knifflig dann so jetzt geht es hier weiter dann haben wir den auch immer so nach und nach ich will auch nicht unten anfangen und den oben bis oben hindurch ziehen es gibt mal sachen wo man sagt kommt das machen wir jetzt aber hier muss das jetzt nicht zwingt sein finde ich also hier können wir auch wirklich sagen nee hier machen wir einfach schritt für schritt eine etage für etage da hat man immer abwechslung drin das fand ich ja bei anderen des pläts manchmal ein bisschen doof und langweilig aber es soll jeder zocken wie er möchte gar keine frage wenn man immer das gleiche ist für so viele geben die also es gibt ja jetzt nicht so viele die mal in des pläts gucken aber es wird so die wand hier es wird wenn es wenn wenn es viele gucken würden dann wird es da viele geben die sagen wir den mag ich ja gar nicht der ist ja langweilig gar kein problem gar kein problem es gibt zum glück gott sei dank viele 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 youtuber let's player so jetzt bitte nicht auf den konzept bringen so jetzt hätte ich gerade fast schon wieder was weggeworfen aber ich habe es ja oben geändert so und jetzt fehlt eigentlich nur noch dieses kleine stück hier ne so kleine stück so das irritiert jetzt gerade hier alles ein bisschen aber geil so hier kommt ein gerissen rein und zwei arbeiten wollen sie nach oben gut der einweist unnötig aber das ist das was ich meine ist also und weiter geht's da sind wir schon oben da haben wir es so und dann müssen wir hier runter natürlich besser von oben nach unten dann kann man da in 1 hoch ziehen so 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 und so und so hier machen wir den auch hin den kann man die ja auch verbinden es sind langsam wirklich sehr langsam vormann aber das ist okay das ist doch völlig okay das richtig hier lieber so als das geben und das geben ist es kein wettbewerb hatte ich letztes mal gelesen die die anna hatte das gepostet es ist kein wettbewerb und damit hat sie vollkommen recht und es wird immer noch keiner gezwungen videos auf youtube zu gucken kann jeder selber entscheiden gott sei dank so und hier noch so haben wir das hoch müssen auf jeden fall gucken dass wir noch auf unsere 30 kommen damit ich und noch mal gucken kann mit bezüglich schwert vielleicht klappt es dann kann ich noch mal danach durchziehen wenn ich denn ist also ach so jetzt habe ich gar keine gerissen ist keine reingemacht kann man ja gleich nachträglich noch ziehen hier so ein rein hier machen wir zwei rein hier machen wir ein und da ein und da gar kein so ach mensch ich hätte ich aber auch mal so ein gar nicht gemacht und grün zwischendurch mal reinsetzen können noch nicht hier zwei hier ein ach so auf die ach so ja gut das müssen wir okay die machen wir da wenn wir gleich hoch gehen auf rückweg nach oben und dann machen wir hier auf rückweg nach oben noch aber auch da sei gesagt man muss es ja nicht überall machen irgendwo mal so vereinzelt nur ist okay so das fällt mir auf jeden fall leichter als so eine blöde laterne draußen zu bauen das ist doch eine katastrophe letztens so und darauf probieren wir uns auch noch ein so dann können wir was 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 alter die können wir auch hier nochmal welche man auch so wir sind ja schon nein nein so ach so ach so ja dann mach mal so packen wir hier wieder zurück hier haben wir einmal steinziegel steinziegel gerissene steinziegel du äh gerissene steinziegel du äh 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 bruchstein bruchstein achso und sie sieht das immer mit das immer mit das immer mit so naja edward edward blöd ist dass man hier nicht rausgucken kann aus dieser tür aber irgendwo scheint da eine höhle zu sein ich weiß es nicht dann